Vor rund zwei Jahren wagte Leni Klum den großen Schritt und startete ihre Karriere als Model. Seither schwebt das Nachwuchsmodel über die Laufstege dieser Welt und ergattert zahlreiche Top-Kampagnen. Auch Nele, die Tochter von Exklusiv-Moderatorin Frauke Ludowig, eifert ihrer Mutter nach und träumt davon, eines Tages als Moderatorin regelmäßig vor der Kamera zu stehen. Schon heute arbeitet die Blondine fleißig an ihren Karriereplänen und führt durch ihre erste eigene RTL-Webserie Nele Now. Dafür traf sie aktuell Promi-Tochter Leni Klum zum Interview, doch das Aufeinandertreffen lief anders als geplant. Kurz vor dem Treffen am Rande eines Events in Berlin freute sich Nele Ludowig noch und gab zu, ich bin so aufgeregt mit ihr reden zu dürfen, von Tochter zu Tochter quasi. Doch statt eines ausgiebigen Gesprächs auf Augenhöhe wurde das Interview mit Leni Klum kurzerhand abgebrochen. Ein Schock für die 19-jährige Nachwuchsmoderatorin. Doch statt Trübsal zu blasen, versucht Nele Ludowig das verpatzte Interview mit Humor zu sehen und erklärt, auch das passiert im Reporteralltag.